Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Musik Die Markierung überwiegend am linken Auge oder am rechten Auge? Meistens links, aber manchmal geht es auch links nicht, weil sie sich das dann aufreißen oder so, da muss man es rechts machen, aber meistens sitzen sie links. Das ist aufgezogen, sitzt da drin dann. Und jetzt kriegt der die ... Er hat so zu viele Eier verloren. Mal gucken, ob er mitspielt. Jetzt muss ich sie aufziehen. Die U54. Jetzt haben wir drei Stück. Das war U52, U53 und U54. Der erste war 1,08 Meter. Der zweite war 900 Millimeter. Und der dritte war 760. Hat der schon einen Teil, oder? Der hat er eben gekriegt. Schöne Zeichen hat er. Super. Gerne. Vielen Dank.